Musik Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir eine ganz spezielle Folge. Und zwar habe ich durch Zufall, bin ich auf eine geheime Quest aufmerksam geworden. Und die werden wir jetzt versuchen zu finden. Ja, wir befinden uns jetzt gerade hier unten im, ja hier steht jetzt schon Schneesturmstrand, aber eigentlich ist es noch New Hill Crest, wo wir hingereist sind. Und zum Schneesturmstrand, da müssen wir hin, weil da wartet anscheinend ein Gegenstand auf uns, der dafür sorgt, dass wir eine geheime Quest machen können. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und am Ende dieses Rennens gibt es noch einen Stern. Ja, ich... Erfolg freigeschaltet. Der Star Rider. Diesen Erfolg haben wir dadurch... Oh, Moment, da war gerade irgendwas. Ich habe es leider nicht mehr gesehen, weil ich es gerade weggeklickt habe. Wenn ich es noch schaffen sollte, davon ein Bild zu kriegen, dann werde ich das jetzt einblenden. Wenn ihr jetzt nichts gesehen habt, dann habe ich es leider nicht mehr geschafft. Das ist der geheime Erfolg für einen Stern, den Star Rider. Ja, war ein kurzes, knackiges Video. Was mir aufgefallen ist, ich habe es leider erst in zwei Versuchen hinbekommen. Und zwar müsst ihr nach Möglichkeit genau den Weg nachreiten, wie der Stern auch geflogen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man dann einen gewissen Boost oder sowas bekommt, weil beim ersten Versuch hat es leider ein Licht geklappt, über das Wasser rüber zu springen. Und ich denke, dass ich diesen Versuch jetzt rausgeschnitten habe. Das heißt, wenn ihr da Probleme haben solltet, dem Verlauf wirklich ziemlich haarklein folgen und dann solltet ihr weniger Probleme haben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video geholfen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann! Ciao!